Hey Leute und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Alien Isolation. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen langen, ewig langen Weg uns gebahnt. Zurück zum Anfangspunkt. Tja, und jetzt machen wir das Ende von diesem Weg. Und dann treffen wir hoffentlich auf Samuels und ich hab den anderen Namen schon wieder vergessen. Wer ist sie denn? Ich glaub, Karen mit Vornamen oder so. Nein, ich weiß es nicht mehr. So. Okay, der läuft da. Wieso Bad? Also wieso? Ah, das ist so viele Probleme. Okay, es scheint tatsächlich keiner über uns zu sehen. Also. Okay. Wow. Okay, wir haben es gespeichert. Okay, wir haben es endlich geschafft. Für mich ist das jetzt nur 2 Minuten her, dass die letzte Folge ist, also ich bin auch wirklich angespannt, weil ich hatte natürlich auch keinen Speichertuch, das heißt ich kann die Folge nicht einfach beenden. Ich hoffe ihr versteht das und ich hoffe, dass ich jetzt nach dem Ende der Folge einen Speicherpunkt habe und kann ich für heute die Aufnahme beenden. Ich habe irgendwie heute 4 Folgen aufgenommen. Ich bin durch. Aber ich bin froh, dass ich so viel geschafft habe und mir gefällt es ja auch immer wieder. Ja, meine Stimme, ihr merkt es vielleicht, lässt auch schon ein bisschen nach. Ja. Ähm, dann machen wir weiter. Immer schön verstecken, ganz wichtig. Diese Folge, wo halt, wo das hier rauskommt. Also wir sind jetzt auf dem... Okay. Flüchten, sie zurück. Flüchten sie zurück. Wo sind denn Kommunikations... Ne, wir sind eine andere Ebene glaube ich. Das ist halt die Frage. Wo ist denn Sam Jens? Kennst du Samuel und Taylor zurück? Im... Im... Ja, das habe ich doch geschafft. Ach, vielleicht muss ich ganz zurück, das heißt ich muss zurück zu dem Aufzug. Stimmt hier wurde der ermordet. Das heißt, wir müssen hier durch. Boah, ich muss mich jetzt wieder an diesen Weg dran erinnern. Und das... Vielleicht ist es ja auch so weit, dass alle Androiden jetzt böse sind. Das wäre richtig scheiße. Das wäre wirklich scheiße, wenn es alle Androiden böse sind. Und nicht nur die da dahinten. Aber das werden wir gleich sehen. Oh, da unten ist was zum... So, gut, auch nicht. Pistole. Ja, wir können etwas kaufen. Äh, falsches Interface. Die haben drei Bandgeladen und fünf. Können wir vielleicht ein Geräusch machen? Ne und... Ne, wir haben die gerade eingesammelt. Bandgeladen. Gebrauchen wir keine Sohn. Irgendwie, ich habe doch gerade... Ich habe sie doch gerade eingesammelt, oder? Ich habe sie nicht einsammelt. Ähm... Dann machen wir ein Geräusch im Wasser. Vielleicht auch ganz praktisch, wenn wir den haben. Aber der scheint uns nicht anzugreifen. Wo ist der jetzt hin? Greift er uns jetzt an? Das scheint fast so. Okay, er kommt jetzt da. Also es sind offensichtlich alle androiden Böse geworden. Das ist natürlich echt scheiße. Das Beste wäre, wenn wir sie einfach abschalten können. Okay, es scheint nicht mehr auf dem Gerät zu sein. Aber er ist da noch. Aber er ist eher ein Fernseher. Zurück. Wieso kommt er zurück? Der läuft jetzt aber nicht seine Runden. Das wäre so scheiße. Das wäre wirklich scheiße, wenn der jetzt hier seine Runden läuft. Okay, er ist weg. Aber ich bin mir halt wirklich unsicher. Scheiße. Der ist direkt hinter uns. Der kommt wieder von da. Das sind mehrere. Das ist scheiße. Oder? Der ist immer noch hinter uns. Also von dem Alarm in das Gerät ausgeht, ist der hinter uns. Weil da ist ja unten dieser Balken. Und ich habe ja auch gerade ganz kurz ein Signal drauf gehabt. Aber es ist niemand an uns vorbeigegangen. Ey, das ist so richtig scheiße, weil das ist ein Spiel mit dem Teufel. Jetzt habe ich es vor allem schon zu weit geschafft. Gut, es war jetzt nicht viel Arbeit. Es waren zwar die Parkisten. Und vielleicht hätte ich mich nicht erwischen lassen, so von einem. Aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Aber wo ist denn der Ausgang, wenn ich das fragen darf? Also von da hinten kommen wir ja. Wir sind ja in diesen Transit eingestiegen, aber wir sind an diesem Eingang. Und wenn wir da hin, also wir kamen ja von da. Wenn wir da rein kommen. Da ist auch ein Speicherteil, wie es aussieht. Ja, aber ich verstehe irgendwie gerade die Karte nicht so, glaube ich, wie ich es sollte. Ich bin auch dadurch mehrere Gänge gerannt. Bin ich dann vielleicht einfach... Ach, stimmt. Wir mussten dann, glaube ich, da außen rum gehen, oder? Oder konnte man das? Ich glaube, man konnte das machen. Aber ich kam ja hier von der Registrierung. Da ist natürlich die Frage. Da ist das Kommunikationsstand. Das heißt, von hier kommen wir. Hier sind wir durch und da, da. Dann haben wir hier uns den Robo aufgeschnappt. Sind dann hier durchgerannt. Sind dann hier rechts abgebogen. Sind dann hier rum. Dann habe ich mich da versteckt. Das heißt, das Einzige, was möglich wäre, wäre tatsächlich das da. Also da. Ähm. Stopp. Das ist... Rechts da der Eingang. Scheiße. Oh. Ohовые. Ich glaube, er hat uns erwischt. Es erwischt. Nurقahm hat uns nicht gesehen. Bitte da hoch. ja, hier geht auch wo denn das? ah ok, cool, cool kräfte ok, es sind wirklich alle ach du kacke ach du ach da hat uns das Erdchen umgebracht ach du scheiße ok ich glaube wir haben das eindeutig erklärt, dass alle Androiden jetzt böse sind also wirklich alle tja dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen ich hoffe euch hat diese Folge gefallen lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und abonnieren und natürlich kommentieren nicht vergessen wie ihr habt tschüss und dann gerne auf die Seite des Eindes